Das war doch eine Ecke. Schade. Matthias, warum suchst du einen DSC aus? Das ist doch kranios. Ich habe doch wiederhin vier Tore gesehen. Für uns. Und ein fünftes für die anderen. Das ist schon, wo das spielt. Sagen wir, verfolgen die sich gerade? Oh, es geht los. Was? Mensch, 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 Mensch. Der will es nochmal sehen hier irgendwie. Matthias, irgendwann kommst du uns, liebem Brot, da tust du dann irgendwie die Abseitslinie einblenden. Wenn du mir nur fünf Kameras gibst, kann ich das machen. Was ist denn der Komponente? Was ist denn der Komponente? Das Glasschlein oder das Glasschlein? Was ist denn der Komponente? Oh, das ist so. Oh, das ist so. Rüber. Oh, das ist ein Tor. Oder freuen sie sich? Ja, das freuen sich ja alle. Drei. Auswärtssieg. Ja, jetzt. Jetzt wieder Auswärtssieg. Ja, war das jetzt ein Tor? Oder war das ein Spielstand? Dresdner ist CET. Sauer Nation. 4 zu 2. Ja, das Tor gemacht. Das hab ich schon wieder nie gesehen, wer das Tor gemacht. Doch. Jetzt vergess ich schon wieder, wer das Tor gemacht hat. Warum freuen die sich nicht über ihre Tore? Ja. Immerhin haben wir jetzt schon sechs. Das macht Spaß. Was? Wo ist der Ball jetzt gelandet? Ich brauch einen neuen Ball, der Alter ist weg. Was? Alter Schwede. So, irgendwie fünf Minuten haben wir noch. Fünf Minuten? Also ne, die machen auch fünf Minuten. Irgendso was. So, jetzt komm. Na, hier. Fünf zu zwöl. Ja! Ja, schade. Das war schon wieder. Na ja, gut. Aber das ist ja Zeit. Du hast Zeit. Ja, gut. Ja, gut. Schade. Das ist gefährlich. Jawoll. Schön. Ja. Weiter. 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 Ja, gut. Jawoll. Ja! A-O-I-D-S-Z! 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 Zwei verlobten Torschütze, eine kleine Korrektur, der hat schon das 2 zu 0 gemacht. Mit der Nummer 10, Christian Heinrich zum 5 zu 2 für den Dresdner SC. Hier wollen wir vielleicht mal pfeifen oder so? Was? Was? Was pfeift denn der für ein Quark? Das ist doch unglaublich. Das ist doch einfach. Pfeifen. Uh, sorry, sorry, mein Fehler. Wahrscheinlich könnte ich spüren, wäre es drin gewesen, oder? Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018